Am 30. Januar 1933 hatte Hitler es geschafft. Trotz großer Bedenken hatte sich der Reichspräsident Paul von Hindenburg dazu überreden lassen, ihn, den Anführer der NSDAP, zum Reichskanzler zu ernennen. Die Ernennung fand in Berlin statt und wurde den ganzen Tag über bis spät in die Nacht von Hitlers Anhängern gefeiert. Schon der Weg zur Reichskanzlei war von Menschenmassen gesäumt. Am Brandenburger Tor patrouillierten unzählige SA-Verbände. Nach der Ernennung konnte Hitler aus dem Fenster der Reichskanzlei beobachten, wie ihm seine Anhänger zujubelten und für den Abend hatte Josef Goebbels einen Fackelumzug der SA und SS organisiert, dem sich tausende begeisterte Bürger anschlossen. Auch wenn der 30. Januar 1933 von den Nationalsozialisten als Tag der Machtergreifung gefeiert wurde, konnte von einer Machtergreifung noch gar keine Rede sein. Denn Hitler war erst einmal nur Vorsteher eines Regierungskabinetts und eines wieder einmal regierungsunfähigen Parlaments. Was das Kabinett angeht, hatte Hindenburg verlangt, dass darin nur wenige NSDAP-Funktionäre sein dürfen. Es setzte sich aus zehn Ministern zusammen. Der ehemalige Kanzler und enge Vertraute des Reichspräsidenten Franz von Papen hatte sich das Amt des Vizekanzlers gesichert. Wilhelm Freck aus der NSDAP wurde Innenminister, Hermann Göring Minister zunächst ohne Zuständigkeitsbereich. Der Führer der DNVP, Alfred Hugenberg, wurde Minister für Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft. Der parteilose Konstantin von Neurath wurde Außenminister. Der ebenfalls parteilose Graf Schwerin von Korsig wurde Finanzminister. Der ehemalige bayerische Justizminister Franz Gürtner wurde zum Reichsjustizminister bestimmt. Paul von Els Rübenach wurde Verkehrs- und Postminister. Franz Selte vom Verband Stahlhelm wurde Arbeitsminister und zu guter Letzt Werner von Blomberg wurde zum Reichswehrminister ernannt. Obwohl dem Kabinett nur zwei NSDAP-Minister angehörten, war es alles andere als ausgewogen. Alle Minister waren klar rechtsorientiert und trugen das Parteiprogramm der NSDAP mit. Trotzdem wurde Hitler durch dieses Kabinett zur Zusammenarbeit gezwungen. und konnte sich nicht allein auf die Unterstützung seiner Partei verlassen. Franz Frönpapel, der an der Zusammenstellung maßgeblich beteiligt war, setzte auf die Zangentaktik. Hitler sollte durch die Minister in die Zange genommen werden, gezähmt werden und auf diese Weise zum Staatsmann heranreifen. Wie sah das Regierungssystem zu Beginn des Jahres 1933 aus? Im Grunde immer noch so, wie es in der Weimarer Verfassung 1919 festgelegt wurde. An der Spitze des Reiches stand der Reichspräsident, alle sieben Jahre durch das Volk gewählt und in seiner Macht kaum einschränkbar. Der Reichspräsident setzte den Reichskanzler ein, der wiederum die Reichsregierung anführte. Gesetze wurden in den Reichstag zur Abstimmung gegeben und dort mehrheitlich beschlossen. Im Reichstag waren die Parteien durch Abgeordnete vertreten. Als mächtigste Partei hatte die NSDAP mittlerweile die SPD abgelöst, was für einen gewaltigen Rechtsruck stand. Außerdem sind für das Regierungssystem der Beamten und der Polizeiapparat sowie die Gewerkschaften von Bedeutung. Damals wie heute haben die Bundesländer einen großen Anspruch auf Selbstorganisationen. In den damals 18 Bundesländern gab es jeweils eigene Landesparlamente, die oft völlig abweichend zur Reichspolitik zusammengesetzt waren. 1933 waren acht Bundesländer noch SPD regiert. Der hohe Grad an Eigenverwaltung der Bundesländer sollte die Macht der Reichsregierung einschränken und für ein Kräftegleichgewicht sorgen. Beide Machtinstanzen, die Reichsregierung und die Landesregierungen, sollten die Rechtssicherheit für alle Bürger herstellen. Wichtige Rechte waren Zuerst einmal überhaupt, Gleichheit vor dem Gesetz, dann die Meinungs- und die Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinsfreiheit, das Brief- und Fernmeldegeheimnis und auch die Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung. Das war das System, das Hitler im Jahr 1933 vorfand. Nachdem er dieses System nun jahrelang kritisiert und verachtet hat, konnte er nun damit beginnen, es Schritt für Schritt nach seinen Vorstellungen umzubauen. Schon einen Tag nach seinem Amtsantritt als Reichskanzler forderte Hitler vom Reichspräsidenten die Auflösung des Reichstages. Dagegen leisteten der Reichspräsident selbst, aber auch der Führer der DNVP, Alfred Hugenberg, heftigen Widerstand. Hindenburg, weil er einen Reichskanzler Hitler nur akzeptiert hatte, wenn dieser mit dem bestehenden Reichstag zusammenarbeiten würde. Hugenberg, weil er um einen weiteren Stimmenverlust für seine schon stark geschrumpfte Partei fürchten musste. Doch Hitler setzte sich durch, sodass Hindenburg am 1. Februar 1933 den Reichstag auflöste. Neuwahlen wurden für den 5. März angekündigt. In den verbleibenden Wochen betrieb die NSDAP einen massiven Wahlkampf, schränkte gleichzeitig die anderen Parteien erheblich in ihren Wahlkämpfen ein. Außerdem ernannte Josef Goebbels 40.000 SA- und SS-Männer zu Polizisten, sodass diese nun offiziell im Dienst des Staates und unter dem Schutz des Staates agieren konnten. Unlebsame Beamte wurden entlassen. Ein dramatisches Ereignis spielte den Nationalsozialisten in die Karten. Ein holländischer Kommunist legte im Berliner Reichstag Feuer. Zwar war seine Tat eine politische Protestaktion, allerdings war er Einzeltäter und hatte keine Unterstützung durch die deutsche KPD. Trotzdem nutzte die Regierung die Tat als Vorwand, die Rechte der Bevölkerung massiv einzuschränken. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung setzte viele Grundrechte außer Kraft. Dazu gehörten die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinsfreiheit, auch das Brief- und Fernmeldegeheimnis und auch die Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung. Für Hochverrat und Brandstiftung konnte ab jetzt die Todesstrafe verhängt werden. Politische Gegner konnten gemäß der Reichstagsbrandverordnung ab jetzt in Schutzhaft genommen werden. Zur Vollstreckung dieser Schutzhaft wurden die ersten Konzentrationslager errichtet. Für das System bedeutete das einen massiven Wegfall an Rechten und eine Übernahme des Polizeiapparates durch SA und SS. Die Reichstagswahlen brachten die folgenden Ergebnisse. Die NSDAP erreichte einen deutlichen Stimmenzuwachs von über 10 Prozent. Alle anderen wichtigen Parteien erlitten Stimmenverluste. Wichtig war, dass nun erstmals seit vielen Jahren eine stabile Mehrheit im Reichstag gebildet werden konnte. Aus den Stimmen der NSDAP und der Schwesterpartei DNVP. Beide Parteien erreichten zusammen 51,9 Prozent, also die notwendige Mehrheit. Im Reichstag änderte sich also die Stimmenverteilung. Es zeigt sich nun ein noch größerer Überhang an NSDAP-Abgeordneten. Mit diesem Wahlerfolg hätte Hitler eigentlich zufrieden sein müssen. Doch er lehnte die Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Parteien nach wie vor kategorisch ab und auch den Reichstag an sich. Nach wie vor wollte er Alleinherrscher werden und unabhängig von allen anderen Personen Entscheidungen treffen. Dafür schuf er nun die erforderlichen Gesetze. Nach dem Heimtücke-Gesetz, welches jegliche Kritik an ihm und seiner Regierung unter Strafe stellte, bereitete Hitler das Ermächtigungsgesetz vor. Dieses sollte alle verfassungsmäßigen Kontrollinstanzen für die Dauer von vier Jahren außer Kraft setzen und ihm und seiner Partei in dieser Zeit die alleinige Herrschaft über das Deutsche Reich verleihen. Das Problem war, dass dieses Ermächtigungsgesetz vom Reichstag hätte beschlossen werden müssen. Und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Stimmen der NSDAP und der DNVP hätten also nicht ausgereicht. Praktischerweise war die KPD mittlerweile verboten worden. Von ihr waren keine Vertreter mehr im Reichstag vorhanden. Es war klar, dass die SPD geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz stimmen würde. Alles hing also vom Stimmverhalten der beiden katholischen Parteien Zentrum und Bayerische Volkspartei ab. Die Abgeordneten standen unter dem Einfluss von Gewaltdrohungen und Terror und hofften auf Zugeständnisse an die Kirche, wenn sie dem Ermächtigungsgesetz zustimmten. Deshalb stimmten die katholischen Parteien geschlossen für das Ermächtigungsgesetz. Am Ende standen 444 Ja-Stimmen gegen die 94 Nein-Stimmen der SPD. Damit hatte der Reichstag seine eigene Auflösung beschlossen. Die Vier-Jahres-Frist war natürlich nur ein leeres Versprechen. Nach den vier Jahren kam niemand mehr auf die Idee, den Reichstag wieder einzusetzen. Für den Umbau des Systems wird festgehalten, das komplette Verbot, also den Wegfall der KPD und die Entmachtung aller anderen Parteien außer der NSDAP. Im März und April folgten dann mehrere Gleichschaltungsgesetze, die sich in erster Linie auf den Umbau der Landespolitik bezogen. Der erste Schritt war die Entlassung nicht linientreuer Beamter, Abgeordneter und Minister auf Landesebene. Als Ersatz wurden NSDAP-treue Reichskommissare eingesetzt. Diese Reichskommissare setzten durch, dass die Länderparlamente zunächst nach den Mehrheitsverhältnissen auf Reichsebene neu zusammengesetzt werden mussten. In einem zweiten Schritt wurden dann auch die NSDAP-überlastigen Parlamente aufgelöst. In jedem Bundesland übernahm ein NSDAP-treuer Reichsstadthalter die Macht und wurde von Hitler mit diktatorischen Befugnissen ausgestattet. Doch die Gleichschaltung wurde auch mit allen Freizeitvereinen und Organisationen praktiziert. Alle Vereine, Verbände und Organisationen unterwarfen sich der Kontrolle durch die NSDAP und verpflichteten sich, deren Ideologie zu verbreiten. Ansonsten wurden sie zur Auflösung gezwungen. Dadurch gewannen die Nationalsozialisten die komplette Kontrolle über den Freizeitbereich. Am 7. April trat das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft. Es besagte zuerst einmal, dass unerwünschte Beamte entlassen werden. Das betraf in erster Linie Sozialdemokraten, Anhänger der Republik und Juden. Zu diesem Gesetz gehörte aber auch der ARIA-Paragraf. Dieser erlaubte, alle nicht-arischen Personen aus dem Berufsbeamtentum zu entfernen. Der ARIA-Paragraf sollte anfangs nur auf Personen im öffentlichen Dienst und auf Rechtsanwälte angewendet werden. In einer Art vorauseilendem Gehorsam wurde der ARIA-Paragraf aber auch auf alle möglichen anderen Berufszweige angewendet und auch auf den Freizeitbereich. Es häuften sich nun also Fälle, wo Juden aus dem Kegelverein oder aus dem Fußballverein geworfen wurden, bevor das tatsächlich vom Gesetz verlangt wurde. Für das System bedeutete das eine komplette Übernahme der Nationalsozialisten des Beamtenapparates. Spätestens mit dem ARIA-Paragraf war es nun auch mit der Gleichheit vor dem Gesetz vorbei. Allerdings lief die Diskriminierung von Juden ja schon ein paar Jahre. Neu war nur das Gesetz, was die Diskriminierung erstmals offiziell vorgeschrieben hat. Der nächste Schritt der nationalsozialistischen Regierung war eher symbolischer Art, nämlich die Übernahme des Tags der Arbeit am 1. Mai. Dieser Tag war traditionell ein Feiertag der Arbeiterbewegung, an dem auf die Situation der Arbeiterschaft aufmerksam gemacht wurde und diese besonders geehrt wurde. Die NSDAP erklärte den Tag nun erstmals als arbeitsfreien Tag und stellte damit öffentlichkeitswirksam ihre Sympathie für die Werksarbeiter zur Schau. An dem Tag veranstaltete die NSDAP zahlreiche Massenkundgebungen, indem sie sich als Unterstützer der Arbeiterschaft darstellte. Der nächste Schritt in der Mission, die Arbeiterschaft gleichzuschalten, war die Ablösung der traditionellen Gewerkschaften. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt viele Gewerkschaften nach Berufszweigen aufgefächert. Diese waren ursprünglich eng mit der SPD verknüpft. In Abstimmung mit der SPD organisierten die Gewerkschaften Streiks und Kundgebungen, um die Situation der Arbeiter zu verbessern. Die Gewerkschaften waren ein mächtiges und wichtiges Gegengewicht zum Unternehmertum. Um von dieser Seite keine Unruhe, also kein neues Erstarken der linken Arbeiterbewegung, befürchten zu müssen, zerschlugen die Nationalsozialisten am 10. Mai alle bestehenden Gewerkschaften und zogen deren Vermögen ein. Alle Gewerkschaften wurden durch die neue nationalsozialistische Gewerkschaft DAF ersetzt, die natürlich kein Gegengewicht mehr zum Unternehmertum oder zur Politik darstellte. Am 10. Mai kam es zu einem weiteren eher symbolträchtigen Ereignis. In mehreren deutschen Universitätsstädten wurden Bücherverbrennungen organisiert. Unter beschwörenden Feuersprüchen warfen nationalsozialistische Studenten Bücher ins Feuer, die als feindlich eingeschätzt wurden. Dazu gehörten zum Beispiel die Werke kommunistischer Autoren, dazu gehörten auch die Werke jüdischer Autoren und jegliche Texte gegen den Krieg, speziell gegen den Ersten Weltkrieg. Auch Werke gegen den Nationalsozialismus. Und alle Werke, die der Moderne zuzuordnen waren, wurden ins Feuer geworfen. Die Bücherverbrennungen wurden auch von einigen Professoren der Universitäten besucht und unterstützt. In Berlin trat der Propagandaminister Goebbels höchstpersönlich auf und hielt eine Rede gegen die verhassten Autoren. Mit den Bücherverbrennungen verdeutlichte die nationalsozialistische Bewegung ihren Machtanspruch über Kunst und Kultur. Im System veränderten die Bücherverbrennungen nichts, jedoch änderte sich der Status der Gewerkschaften. Am 22. Juni folgte das lange erwartete endgültige Verbot der SPD. Am 27. Juni wurde es auch für die übrigen Parteien eng. Der Chef der DNVP, Alfred Hugenberg, der einzige Minister im Kabinett aus einer anderen Partei als der NSDAP, bat, nachdem er eingeschüchtert und in die Enge getrieben wurde, um seine Entlassung. In Erwartung ihres baldigen Verbots lösten sich alle Parteien außer der NSDAP innerhalb weniger Tage selbst auf. Wer als Abgeordneter im Amt bleiben wollte, trat schnell in die NSDAP ein. Damit war spätestens jetzt das Verfassungsinstrument Reichstag hinfällig, obwohl der Reichstag ja schon seit dem Ermächtigungsgesetz keine Beschlusskraft mehr hatte. Der ausgeschiedene Minister, Alfred Hugenberg, wurde durch zwei Minister ersetzt. Das Landwirtschaftsressort übernahm Walter Daré. Neuer Reichswirtschaftsminister wurde Kurt Schmidt. Beide waren natürlich treue Mitglieder der NSDAP, sodass es nun insgesamt vier NSDAP-Mitglieder im Kabinett gab. Die anderen wurden in den Jahren 1937 und 1938 in die Partei eingegliedert, indem sie einen Parteiorden für ihre gute Arbeit im Kabinett überreicht bekamen. Die Annahme des Parteiordens bedeutete automatisch die Mitgliedschaft in der NSDAP, sodass im Jahr 1938 alle Kabinettsmitglieder auch NSDAP-Mitglieder waren. Um die erreichte Zerschlagung der Parteienvielfalt nicht zu gefährden, wurde am 14. Juli das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien erlassen. Außerdem wurden neue Regeln für die Volksabstimmung beschlossen. In der Weimarer Verfassung gab es schon die Möglichkeit der Volksabstimmung, jedoch mussten mindestens 50 Prozent aller Wahlberechtigten überhaupt an der Volksabstimmung teilnehmen, damit sie gültig war. Das änderte Hitler jetzt. Zukünftig gab es keine festgelegte Teilnehmerzahl mehr. Mit dieser neuen Regelung wollte sich Hitler leicht die Zustimmung des Volkes zu neuen Beschlüssen sichern. Ein wichtiger per Volksabstimmung abgesegneter Beschluss war das Gesetz über das Staatsoberhaupt des Reiches. Das Gesetz lag schon bereit, als Paul von Hindenburgs Leben zu Ende ging. Das Gesetz besagte, dass nach ihm kein neuer Reichspräsident eingesetzt wird, sondern Hitler nach dem Tod des Reichspräsidenten beide Ämter allein ausübt. Das Gesetz wurde per Volksabstimmung bestätigt und trat automatisch am Todestag Hindenburgs in Kraft, sodass an diesem Tag der komplette Umbau des ursprünglich demokratischen Systems abgeschlossen war. Hitler hatte nun die Macht, alle Entscheidungen im Deutschen Reich allein zu treffen und das Schicksal des Landes allein zu entscheiden. Und das Gesetz hatte nun die Macht, alle Entscheidungen im Deutschen Reichspräsidenten. Und das Gesetz war, alle Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Tod des Reichsprintendens. Und das ist die in den letzten Jahren in die Macht, alle Entscheidungen im Deutschen Reichspräsidenten. Vielen Dank.